Matthias Habig, geboren am 12. Januar 1940 in Danzig, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler und Radiomoderatoren. Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere hat er durch vielfältige Rollen, von humorvollen Charakteren bis hin zu nachdenklichen Rollen, einen tiefen Eindruck beim Publikum hinterlassen. Obwohl er in seiner Karriere viele Erfolge erzielt hatte, empfand er sein Privatleben zunehmend einsam und langweilig. Matthias Habig erzählte einmal, dass das wirkliche Leben ganz anders sei, obwohl ihn das Rampenlicht immer anzieht. Er lebt allein in einer kleinen Wohnung, in der die Wände still sind, ohne dass das Gelächter oder Geschwätz seiner Freunde zu hören ist. Diese Einsamkeit machte ihn schwer und er konnte es nicht mehr ertragen. Er sagte einmal, ich möchte niemanden belästigen. Mein Leben hat keinen Sinn ohne die Menschen um mich herum. An einem kalten Wintertag beschloss Matthias, dass es an der Zeit sei, aufzuhören. Er kündigte an, seine Schauspielkarriere aufzugeben, eine Entscheidung, die viele Menschen überraschte. Ich konnte nicht weiter in einer Welt leben, in der ich mich nicht mehr dazugehörig fühlte. Es war nicht einfach, das Rampenlicht aufzugeben, aber ich wusste, dass es das Beste für mich war, teilte er mit. Das Rampenlicht zu verlassen ist keine einfache Entscheidung. Matthias hat in seiner Karriere gute Erinnerungen gehabt, aber die Einsamkeit hat ihm klargemacht, dass andere Werte im Leben ebenso wichtig sind. Er beschloss, in ein Pflegeheim zu gehen, einen Ort, an dem er Einfühlungsvermögen und Kontakt zu anderen zu finden hoffte. Ich möchte kein einsames Leben mehr führen und hoffe, dass ich hier neue Freunde finden kann, die mich verstehen, sagte er. Im Pflegeheim beteiligte sich Matthias an Gemeinschaftsaktivitäten, von Vorlesungen für ältere Menschen bis hin zur Organisation von Kunst austauschen. Diese Teilnahme hat ihm geholfen, sich nützlicher und nicht mehr einsam zu fühlen wie zuvor. Es machte ihm Freude, seine Geschichten und Erinnerungen mit anderen zu teilen. Das Lächeln, die Hände schütteln und die Geschichten, die von glücklichen Tagen erzählt wurden, erwärmten sein Herz. Auch wenn er seine Schauspielkarriere aufgegeben hat, behält Matthias Habig seine Liebe zur Kunst bei. Er verbringt seine Zeit oft mit Schreiben und Komponieren, seine Werke sind oft tiefgründig und lebensphilosophisch. Ich habe gelernt, dass es im Leben nicht nur um Erfolge auf der Bühne geht, sondern auch um Beziehungen, Erinnerungen und Schwierigkeiten, die wir überwinden müssen, teilte er mit. Das neue Leben in einem Pflegeheim hat Matthias Dinge gebracht, die er nie erwartet hätte. Er freundete sich mit Menschen in der gleichen Situation an, die ebenfalls Einsamkeit und Schmerz im Leben erlebten. Sie teilen, ermutigen und schaffen eine warme, enge Atmosphäre. Nachmittags sitzen sie oft zusammen, trinken gemeinsam Tee und erzählen einander von ihren Träumen, Hoffnungen und unvergesslichen Erinnerungen. Matthias Habig hat neue Lebensfreude gefunden und ist nicht mehr einsam unter gleichaltrigen Freunden. Er erkannte, dass es im Leben auch nach dem Ende seiner Schauspielkarriere noch viele Dinge gab, die es wert waren, erkundet und erlebt zu werden. Ich bereue meine Entscheidung nicht. Ich habe einen Ort gefunden, an den ich mich zugehörig fühle, sagte er mit einem sanften Lächeln. Letztendlich hat Matthias Habig bewiesen, dass das Leben zwar schwierige Herausforderungen mit sich bringen kann, wir aber mit Ausdauer und Mut am Ende des Weges immer noch Licht finden können. Er führte ein bedeutungsvolles Leben, nicht nur auf der Bühne, sondern auch in den Herzen seiner Freunde und in den wertvollen Erinnerungen, die er in seinem Leben geschaffen hatte. Mit mehr als vier Jahrzehnten Engagement in der Kunst hat er in vielen berühmten Filmen und Theaterstücken mitgewirkt, von Hauptrollen bis hin zu unvergesslichen Nebenfiguren. Das Besondere an Matthias ist seine Fähigkeit, auch in stressigsten Situationen ruhig zu bleiben. Diese Fähigkeit hilft ihm nicht nur in seiner Schauspielkarriere, sondern auch in seinem Privatleben. Habig gibt seine Gefühle nicht so leicht preis. Er weiß immer, wie er sich beherrschen und das Notwendige ausdrücken kann, ohne dass persönliche Emotionen seine Arbeit beeinflussen. Dies kann auf die Ausbildung und Erfahrung zurückzuführen sein, die er im Laufe seiner Karriere gesammelt hat. Matthias hat einmal erzählt, dass es manchmal notwendig ist, Emotionen zu unterdrücken, um ein guter Schauspieler zu werden, weil es dem Schauspieler hilft, ehrlichere und tiefgründigere Leistungen zu erbringen. Obwohl das Leben des Künstlers oft mit starken Emotionen verbunden ist, zeigt Habig, dass Gelassenheit und emotionale Kontrolle wichtige Eigenschaften sein können. Wenn er auf der Bühne oder vor der Kamera steht, zeigt er oft gekonnt subtile Ausdrücke und vermittelt so die Botschaft der Figur, ohne zu protzig sein zu müssen. Dies sorgte für beeindruckende Momente und ließ das Publikum seine Rollen für immer in Erinnerung behalten. Neben seiner künstlerischen Karriere ist Matthias Habig auch ein Familienmensch. Er nimmt sich immer Zeit für Verwandte und Freunde, behält aber dennoch einen privaten Raum für sich, der ihm hilft, dem Druck des Ruhms zu entgehen. Er glaubt, dass es wichtig ist, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu wahren und dass dazu Zurückhaltung und Geduld erforderlich sind.